wieso geht das nicht aus schuss sicher ich halte die treppe gehen wir jetzt ganz hoch das ganze das ganz das von ganz oben alles gesehen ich habe eine mp 4 bis 7 vor seitlich jetzt richtig gangster steht ja ja keine falle dass ich vor geht zwei türen deckt die rechte habe ich gucken die linke drin ok deckt die rechte türen viel zu hell steht für die türen 34 fack ich habe ein büro ich höre glaubst der nix der laser ist voll verpackt so eine karte geht es geht davon an die wand der macht vor die kurve das ist schwarz das biegt licht das bringt bringt oder to chaos ist schon fertig neutral ist ein wohl kaschlein bringen wir zu kämpfen komplette objektiv lieber wir schießt bei der scott folder er ist auch und ist eine person ausschalten ja das ist dieser typ intro aber es ist jetzt klieren immer fest das ist einfach das ist gemacht ich habe ihn ausgelassen er war heute fest ist man die eigentlich ich kann ihn nicht fest ja ich sage ja allgemein nicht dass das spiel ich machen nicht machen lassen können das sind ich ja ja der lacht und rennt weg er ist tot checken nochmal checken kann ich mal ganz runter gucken die typischen bitcoins form die typischen bitcoins form ey meine grafikkarte meine grafikkarte ist ja richtig heiß er leuchtet die feinen form bitcoins ach der scheiß alter der spiel hat go körper ich brauche auf zeichern ich habe keinen gameplay du jesus scheiß zimmer kläbe da fühle ich dich Ich glaube, der ist tot Ich glaube, der ist tot Oh, fett Ah, yeah, boi Gutspot ist ein richtiger Special Tactics operativ, Junge Ich kann nicht mehr